Hallo Stuttgart! Wir werden kein Chaos in den Lüften erleben, sondern es wird klare Korridore geben, an denen sich die Lufttaxis orientieren. Sie können alle sehen, er hat 18 Antriebe, ist damit extrem sicher. Wenn einer der Antriebe einmal ausfallen sollte, kann der Rest des Systems das ohne Probleme kompensieren. Das Ganze wird über ihr Handy on demand beordert. Das Ganze findet statt im Rahmen eines Forschungsprojekts. Oh, ja. 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 Untertitelung. BR 2018